ja einmal habe ich ihn. was denn? ja zwei Jägerkultwurf. nein einen. komm den holen wir uns. hey weißt du was? bis jetzt haben wir doch immer nur schlechter gehabt dann können wir auch den anderen vertrag nehmen. ach stimmt vorhin hat man eine spinne. stimmt einmal hat man zwei. was bekommst du hier? da könnte man eigentlich auch immer den anderen vertrag spielen und ist wenigstens tag. ja ich finde es aber wieder mit cool nachts. ja klar finde ich auch cool. aber tut nicht. ich schaue mir eigentlich gleich aus, oder? cool ist das schon mit nachts. vier Jägerkult, von uns. ja nicht von uns. Kassi. oh hier wer gleich fennig fuchst. also entdeckt alter. wenn ihr was sieht dann ist es die kohle. so wo wollen wir Hemlock und Heid? oder eine Ziegelei? wo ist er wo der rechts rum? komm. dann gehen wir eben auch rein und dann durch das gefängnis hoch, oder? ja. wer ist denn das? über uns. oh da kämpft er noch. ja. Posten? Ja, einmal hatte ich ihn. Hinter dir! Ich hab ihn. Ich hab ihn, aber ich brauche einen Medikit. Du bist eine Sau. Wieso? Du bist eine... Ah, du bist ein Hund. Wahnsinn. Was denn? Ja, zwei Jägerkalt macht. Nein, einen. Ach so. Ich weiß nicht, wo der Zweiter ist. Ach so. Ja. Ist da noch nichts rein? Nein, nein, nein. Ich geb mir mal eine Spritze hier. Nicht, dass er sein Kumpel hat, der ihn retten will. Hier liegt noch. Okay. Du musst fern wohl drauf, oder? Hm. Das wärs gewesen, ja, alle beide. Das wär nicht schlecht. Haben wir ja auch schon geschafft, aber... Ich glaube, der war alleine, wenn nicht... Habe ich eine Brandbombe mit? Nein. Ich sehe ja die Zucht jetzt nirgends an. Na ja, gut, dann... Obwohl, ich hab ja mir die Spritze verpasst. Wir können eigentlich... Wir wollten zu Himlach und Haid, oder? Ja. Okay. Hier ist ne Tür auf. Hier waren schon welche. Hier ist er dann, oder? Ich leiche mal auf. Aber wir hörten ja nicht stampfen. Nichts. Okay. Kurzer Glück auf der Karte. Gefängnis oder Windy Run? Ach, das wird irgendwen sein. Die, wo du es gekält gemacht hast. Mhm. Aber da du so ein Gefängnis rumpf, dann bin ich dran, oder? Ach so, ich brauch noch Kometi-Pack. Ich brauch bloß für einen kleinen Balken, aber... der kann ja im Endeffekt das Leben retten. Ja, das ist nix. Das bisschen hat man ja vorhin auch das Leben gerettet. Ah, ja. Okay. So, zu. Gefängnis und dann Windy Run, oder wie? Mhm. Oh, Pferd. Ach, komm. Mist, gehör doch. Ja. Ja, vor allen Dingen, ich bin dir, ich kenne dich ja auch. Ja. Bei dir, wie? Bei dir macht's nix und bei mir haben sie wieder noch. Ach, es ist dunkel hier, ich sehe nichts. Oh, da geht's bei Windy Run. Ich glaube, die haben den schon. Oh, na, da ist er nicht. Die haben den. Pass auf, wenn du raus kommst, fliegen schlampe über uns. Ja, ich bin schon in der Rucki. Ich glaube, in der Getreidemühle, oder? Vorsicht. Was ist da los, Alter? Wieso das? Wieso? Wieso das? Ich habe mich doch geduckt gehabt. Vielleicht drei Momente zu früh aufgestanden. Ja, ich bin ja gar nicht. Ich bin ja auch so aufgestanden, als ich es hätte. Doch, sag ich doch, Speedbell. Getreidemühle. Würde ich sagen. Oh ja, ich bin ja gut. Oh ja, ich bin ja gut. Oh ja, ich bin ja gut. Oh, Raten. Oh, Raten. Raten. Oh, Raten. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht dass hier noch ein anderer Jäger uns über den Haufen schießen. Halt, nachkommen. Komm. Du zick? Ich hab ihn. Wie gehst du ab? Na ja, Mann, Alter, du hast es mit einem Profi zu tun. Oh, jetzt schießt der andere auf uns. Der war von rechts. Gehen wir da hinten und schauen. Links, in der hier Richtung. Hier schwebt der Messer in der Luft. Die haben wir laufen. Den stech ich ab. Darfst du du jetzt gerade? Nee. Ich hab das irgendwo da vorne bei dem Rad, bei dem Mühlen oder ob da. Machst du? Nee. Wie hieß denn du? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn gegeben. Komm, den holen wir uns. Scheiße. Scheiße. Alter, scheiße. Wie hat er das gemacht? Das dumme Schwein. Hä? Das war ein anderer, oder? Keine Ahnung. Scheiße. Das kann der niemals gewesen sein, Alter. Nee, das andere, das war ein Schwarzer. Scheiße. Der blöde Wichser, Alter. Das dumme Schwein. Dich 150 war raus. Leck. Boah. Geh mal da hin. Jetzt haben wahrscheinlich Olli da hin drauf. Mhm. Bei dem geballert. Ja. Ey, zwei Jäger, 300 Punkte. Willst du mich verarschen? Ja, normalerweise hat's 1.000 Punkte, oder? Dann müssen wir jetzt zu 100 Punkte gehen. So ein Trecker, Alter. Das wird mal gut.